Meiner ist auch von alleine weggegangen Achso, okay Wenn das ganze Mangel ist, dann brauchst du auch nur Fleisch essen Hüp, ich hab jetzt gar nichts gemacht, nichts gegessen, nichts getrunken Aber den hatte ich ja vorher auch schon mal und dann... Geht wirklich von alleine weg Ging nicht von alleine weg und dann bin ich ja gestorben zwischendurch, weil es gar nicht weg ging Naja, ich... Ja, den bist du auch noch einmal und da ging dann nach Sekunden weg Da ist irgendein Mangel Ja Na, Hannibal Lecter? Wir haben vorhin die Heilschreibs gesucht, ne, die sind ja in meiner Werkbank 160 62 Ich hab die eben da rein getan Achso Ich hatte die ganze Zeit gecraftet, als wir die gesucht haben fürs Floß Seitdem wir das Floß dritte gebaut haben, hab ich die gecraftet Sondern die ist ja gut Und ich leg das ganze Holz da in den Cooper... Cooping... in den Cooping Station Also ich sammle Ja Also ich muss sagen, ich krieg dafür wirklich immer nur eins von diesen Dingern Von welchem Material Von welchem Material Von den ganzen... äh... äh... Palisaden Okay Wie Holz brauchst du dafür? Das sind halt, äh... 50 Holz glaub ich sind das Pro und... 20 Leder... Strikes... äh... Strims... Also viermal Leder insgesamt Aber ich hab ja schon mal 70 gecraftet hier 70 mal 20, haha, kannst du ja ausrechnen Sicherlich nicht zusammenge... Das reicht sogar schon, um es zuzumachen Wenn wir jetzt mal gegen Thiago hin, müssen wir dann auch noch ein Tor rein machen später Ich find's gut, dass man durchgucken kann, ey Puh... Gerade Pigomastax entkommen Glück gehabt Ich hab's ja ewig deinem Zeug hinterher Hm... Die haben auch noch so dämlich viel Leben, ne? Wir haben auch noch so dämlich viel Leben, ne? Hier, wie ich ne Leiche Ein Eisrl War ja nicht so anders zu vermuten Mhm... Was machst du? Mich gibt's mehrfach Er hat sich geklungen Was? Du hast schon Tag freigeschalten? Na, kipp mal ab Wie hat der denn die Bosse gekillt, äh? Mit Pfeil und Bogen, mit dem Zeug hier auf Bosse Junge Nicht schlecht, alter Ja, wenn's nicht mehrfach gibt's Muss er dich geklont haben Äh... Echt jetzt, äh... Was denn? Ich hab mich hier mit einem Level 15er Party angelegt Eieieieiei Dann kommt er von hinten und holt sich den... Schweinesriester Schöne 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 Ach... Ich krieg so eine Leutzen zu tragen So... Der ist total schön, der Igor Schau dir mal an, äh... Er ist echt hübsch Oder... Jönen Sattel runter Der ist echt nicht hässlich Au Ok, gerade die so rein Ja, die coolen Schaden Da sind erstmal noch die Kleen Ja, Pipon Der Rand macht Schaden Und ihr habt 12k Ich nicht, ich krieg keinen Schaden Das Tier hat aber Ja, ja klar, aber als Mensch nicht Ja, Tiere kriegen der Schaden dran Tiere kriegen Schaden, ich war gerade nicht mehr dran Ich wollte gerade umdrehen Ja Ach du Scheiße Ist ein Witz, ne? Bin nur mit dem Igor davor gelaufen Von innen Oha Sofort tot, sofort Sag dir doch, das könnte nur Schaden Alter Aber auch von innen Das ist natürlich komisch Boah, direkt Instant Kill Dann dürfen wir die Tiere auch gar nicht so nahe hinstellen Und auch nicht auf neutral Weil die rennen dann selber und dann töten sie sich sehr gut Ja, passiv sind die so Boah, toll, gerade einen Igor gehabt Nein Ja, es gibt ja Ställe, da kommen die reinstehenden Tiere Ja, aber es hat ja schon mal Für den Anfang auf jeden Fall eine vernünftige Größe Na ja, und hierfür brauchst du dann die Leitern Um da hoch zu gehen und von da oben runter zu schießen Ich crafte mal eine Iron, alles gut? Hm Okay Cradle Plank Warum, weil ich nicht mehr so oft sterbe? Nee, nee, weil ich dich nicht sehe Nee, ja, sag ich ja Sonst ist der mehr Sport von dir Nee, Cradle Arrow Was machen wir dafür? Cradle Plank Die sind in der Sägebank Warum bin ich denn jetzt überladen? Also Äh, alle Viecher aufgereiht Sushi für den Rex Äh, hopp 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 Und Alter, was gibt mir den Paarer ab? Ich weiß nicht, ob das jetzt doch hier ein Dach ist oder Nicht Die Dinger heißen hat To Roof To roof Ähm, Hut fürs Dach Okay, naja, so ist auch stimmt Das ist ein Dach schon gut, ne? Hut fürs Dach Wissens konnte man bauen das hier? Hundertzehn Strings fehlen dann noch und Woten Stairs Woten Stairs Ach Gott Woten Stairs Müt Ach ja, flöde Woher kriegt man Nägel? Nägel? Metall Nägel? Medanase, ne? Ah Kann ich dir nicht sagen 20 Müt Aber wenn ich dafür den Täler brauche, dann trete ich durch Ist durchaus möglich Aber das kann ich eigentlich bestimmt in den Ambus hermachen, wenn ich die gehalteten Äh, Dinger hätte Weil ich habe gesehen, die waren ja drinnen und ich könnte sicherstellen, also brauche ich wirklich 10 Gerst Aha Und den nächsten Ambus zu machen Zink Kriege ich zink, ja Keine Ahnung Ja 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 Lol, was ist das denn? Das ist ein Witz Die Leitern kannst du nicht da dran snappen, die gehen nirgendwo dran Nice Ja Dafür haben die die freigeschaltet Gehen auch nicht auf Flößen Nix Absoluter Quark Zumindest, dass die jetzt so früh freigeschaltet wurden So War noch anderthalb Level Also ich kriege jetzt aber auch Schaden Kriege ich nicht Probierst mal hier Hier Jetzt Hier nicht Wenn ich seitwärts gehe Nein Jetzt Das ist nur dein In Nee Ich habe auch hier vorne probiert Hier auch Bin fast tot Hier auch Und da wieder Bin ich so gut wie tot Musst du mal ein bisschen hüpfen und seitwärts drücken Bis hier Ja gut, hüpfen Da kommt man heute oben dran Die Segner Vielleicht deswegen So Wo weiß einer, wo die anderen befruchteten Eier hingekommen sind Dann können wir die alle mal zusammen Ja Von hier So Wo die anderen sind, weiß ich nicht Aber ich habe noch immer welche In meinem Fahrrad Ja, die habe ich dir vorhin reingetan Da ist ein Dilo-Eck Das habe ich jetzt Der nicht Der nicht Ordneransicht Der nicht Der hier auch nicht Wo bist du denn Und der Fahrer Ich bin gerade holzrun Komm schon wieder zurück Klaus Klaus ist der Futter, Dodo Ja, genau Mhm Dann lege ich doch da die Eier rein Und schiebt Toll Geht nicht Äh, Paare Eier sind eh schwerer Das bringt nicht viel Hast du die Eier? Ja genau Komm mal hier Ich habe jetzt Holz Ich habe jetzt Holz Ich fange mich zum U-Laden Und jetzt Hab die Eier alle Habe ich alle in dem Trog hier getan Nenn dir mal um Rename Rename Befruchtet Nicht Essen Leben Oh Das wird ja cool angezeigt Das ist besser als bei den anderen Guck mal, wenn du auf den Topf guckst Mit dem Namen Fruchtet nicht essen leben Ja, genau Guck mal Es wird einfach länger die Schrift Und nicht wie bei den anderen gekürzt Die wird die volle Länge angezeigt Wow Ja Das ist geil Befruchtet Nicht essen Nee, ja Betruchtet Betruchtet Heißt das doch Weiß nicht, was du hast Das heißt Befruchtet Das heißt Betruchtet Befruchtet Ich war bei Ach Klugscheißer So, wo, 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 wo war der Button fürs Muten? Hallalalala Ich glaube, ich bin weg Ja, aber ganz schnell hier Unglaublich Ich bin weg Ich bin weg Hier was wird jetzt aktuell gebraucht was machen wollen du kannst doch jetzt element häuser oder oder immer noch die lehmhütten ich könnte die ja ich will halt nägel für den treffer die kriegt bei den niedeln das ist fragezeichen wie gesteht doch über es könnte eventuell sind durch den täler aber es kann dann auch sein dass ich das heißt ich brauche zink damit ich aus kupferbronze machen kann ich habe da so eine idee wo gibt es hier mit heilstein hier noch gibt ja irgendwo da drüben im wald ich gehe mal bei nacht ja dann sehe ich die trodons wenigstens aus entfernung und ich habe wo das geklaut egal wem die waren im tisch was ich habe bolas geklaut egal wem ich habe die waren im tisch ich habe welche hingelegt angelegt eben weil ich schon fix hatte hier gemacht ihr wisst wo ich bin hier dann guck mal nach oben ich habe flergarn mitgenommen wenn es zu eng wird verwirre ich sie bin doch echt wahnsinnig terry festgebackt gut andere richtung was bist du mach doch nicht sowas gleich hier durch im wald ich habe gerade ein schrecken gekriegt ok patchy rino habe ich auch hier noch nicht gesehen hier ist mein erster aber über zink sagt wikipedia auch nichts oder was das steht nur da dass man was findet also dass es als stein da ist als stein das sind weiße steine weiße steine ok aber neue ressourcen auf der karte gibt es nicht die mod glaube ich nicht dass die auf die karte zugreift sehen wir ja schon allein am schwefel ok raptor die fakkel weg da sind raptoren du idiot weil dazu müsste es nämlich eine echte total conversion sein hier ist noch mal titanomera bügel und nein trodons ich habe es doch gewusst jetzt hier doch schon was von metal nägeln ich wäre heute früher noch nichts da gut das war's das war's blacksmith envir blacksmith envir ja das muss der blacksmith aber das ist doch der zweite dann ok da bin ich wieder ist alles verborgen die für die kürtel genau und mit der ist der dritte wo er unter in w es tut mit kommen m zu kürzeln der vorstür die in gett das kärz darüber gibt es noch keine seite die was dann derzeit was dann erweckt und auch kein zeit ist ein und Was heißt Zündung auf Englisch? Ach, keine Ahnung. Ach, ach, ach. Wer will da was? Hm? Ich würde dem Pfarrer, der da rumgurkst. Ja, ich spinne das mit dem Pfarrer. Ach so. Doch, hier steht was. Es kann da gefunden werden, wo Gallimus rumlaufen. Rundherum. Leidt Lust auf Redwood? Gallimus laufen aber überall rum. Ja, aber auch die meisten in Redwood. Der Gegenüberwurm, erinnern sich auch. Ja, was ist das jetzt? Ein abbaubarer Stein oder ist das deren Ausscheidung? Hm. Das ist ein Tin-Oar-Rock. Das ist ein Tin-Oar. Steine. Na gut, das ist sehr silbern hier. Ja. Du sagst das Rock, Stein. Ja. Nein. Das ist ja auf dem schwarzen Strand. Also viel zu finden, äh, es gibt ja jetzt schon immer doch, ist aktuell, ist neu. Ähm, also das gibt es viel auf dem, bei uns soll es es eigentlich auch geben im Wald. Theoretisch. Am meisten gibt es es halt auf dem Berg, in der Mitte, beim Redwood. Äh, oben an der Schlucht, wo auch öfter mal Rechse kommen. Oder halt auf der ganzen unteren Map. Oder ganz rechts oben. Und auch das hier auf der Karte. Also bei uns soll es es auch geben, ähm, im Prähen. Also, na gut, kann man. Möglich, aber selten. Ne, das ist die zweite Stufe vom selten. Also von der, von der, von der Häufigkeit. Es gibt ja häufig, dann die nächste Stufe, ich weiß nicht, wie man es nennt. Öfter oder sowas, gerne. Dann kommt ja noch selten, sehr selten und... Gar nicht vor allem. Ja, Ra, Ra ist halt selten. Ra, selten. Ab und an. Also, es gibt es hier, relativ. Zwei sehr häufige Rechstufe. Na dann. Müssen wir wirklich aufgucken dann. Ja, gehen wir in den Wald. Das sind wirklich silberne Steine, am besten mit jedem Stein anklopfen. Das ist aber... Gleich wie mit dem Schwefel. Versammene Steine habe ich nicht gesehen beim Überfliegen. Jetzt ist er gleich fertig. Was? 88 Prozent der Seite. 88,7. Ich habe gesagt, dass er seine Mädels herbringt. Ich habe drei Meeres. Wo, wo seid ihr? Ich bin auf der anderen Seite von der Base. Malakui. Vielen Dank.